So, jetzt wird es sehr, sehr schwer. Es ist jetzt eigentlich 10 Uhr, also eigentlich letztes Lied, aber ja, 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 eigentlich, uneigentlich setzen wir uns einfach über die Regeln ein bisschen hinweg. Okay, wir hätten da noch was, was richtig fetzt. Oh ja. Okay, ich würde vorschlagen, Vorschlag zur Güte, damit jeder mal auf seine Kosten kommt. Zu, zu soft. Also, Vorschlag zur Güte, wir machen einen so richtig einfach auf die Fresse so, ne, so richtig. Und dann spielen wir eine wunderschöne Ballade, ein Evergreen. Und zum Schluss fahren wir zusammen ins Hotel und dann geht die Party weiter. Das war jetzt nur Anmoderation. Anmoderation. In die Fresse wäre Nummer 5 in Set 3. Ja, zieh da mal die Sonnebrille aus, dann sieht Gesichter auch etwas. Jetzt möchtest du umstimmen, gell? Ja, ist schon. Sammy muss auch noch umstimmen. Und er muss noch ein Gerät anschließen. Weil der Gerät wird nie müde. Das ist quasi der Keyboardersatz für die Gitarre. Nee, Quatsch. Das ist original. Also, das ist wirklich so. Er hat sich das Gerät extra gekauft für diesen einen Song. Deswegen müssen wir den unbedingt spielen. Sonst kann man das eigentlich für nichts benutzen. Genauso wie jetzt zum Beispiel diese Gitarre hier. Habe ich noch nie gesehen, dass er die benutzt hat. Die sieht einfach nur verdammt geil aus, oder? Sau geil. Die Knochen-Gitarre. So, Sammy. Ich kann die mir länger überbrücken. Wir müssen jetzt anfangen. Okay, also, Vorsicht für alle die, die jetzt nett damit rechnen. Und viel Spaß für alle die, die damit rechnen. Also, hier ist das Gerät. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018